Über die adaptogene Wirkung Schon vor tausenden von Jahren entdeckten unsere Vorfahren, dass es bestimmte Pflanzen gibt, die sowohl auf überaktive als auch auf unteraktive Organe eine positive Wirkung haben. Diese Beobachtungen waren richtig, denn es gibt 22 bekannte Heilpflanzen, die, wenn sie eingenommen werden, ständig versuchen, unsere endokrinen Drüsen und unser Immunsystem zu harmonisieren und auszugleichen. Dazu beschleunigen sie unsere unteraktiven Organe und verlangsamen die überaktiven. Mit anderen Worten, adaptogene Pflanzen wirken, wann und wie wir sie im Moment brauchen. Adaptogene Verbindungen haben gemeinsam, dass sie auf alle Zellen wirken und deren Funktion ausgleichen. Der Wissenschaft ist es bisher nicht gelungen, so präzise Präparate herzustellen. Einige der bekannteren adaptogenen Kräuter sind Ginseng, Knoblauch, Ginkgo Biloba, Ganoderma Pilz, chinesischer Raupenpilz, Andrographis paniculata und Noni.